Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord in unserer zweiten Staffel mit der 67. Folge, heute vorproduziert am 20.12., dementsprechend in der Version 1.5.4, auch mit der Deutschmod von Rassgemüt, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei HD Let's Battle, der hat nämlich am 3.12.2019 ein Abo dagelassen, herzlichen Dank dafür, du warst Herz Nr. 99. So, der Timer wird starten, der Timer wird starten, geht doch. Ich bin jetzt hier gerade in meiner persönlichen Übersicht, mehr oder weniger meiner Clan-Übersicht, der Clan, die tun nix, denn mir ist aufgefallen, ich habe total vergessen, Tanja noch umzubenennen, ich wollte Tanja eigentlich schon seit einer ganzen Weile Victory nennen. Victory ist auch eine Zuschauerin mit einem sehr derben Humor, der mir aber sehr gefällt, die ist auch sehr oft in den Livestreams mit dabei oder relativ oft in den Livestreams dabei und sorgt da immer für ordentlich Stimmung. Herzlichen Dank dafür. So, außerdem habe ich nochmal geguckt, wo ist denn der Fort, der hat der Fort hat, ist tatsächlich in Pravind als Gefangener drinne. Ich bin gespannt, ob ich da irgendwann ein Lösegeldangebot bekomme oder nicht. Oder ob er es sogar schafft, selber zu entkommen, das wäre natürlich noch besser. Ich hoffe, er trägt seine ganze Ausrüstung dran noch, denn es war schon sehr, sehr teuer wieder mal. Ich hoffe es. So, ansonsten, wie geht es jetzt unseren Werkstätten? Jetzt ist das hier wieder weniger geworden, ich werde noch mehr Schugge hier. Letzter Lauf vor einem Tag. Okay. Also, zeigt er mir an, dass er jetzt wieder angehalten hat, wenn ich das richtig verstehe, weil wieder zu wenig Eisen da ist. Okay. Gut, aber wir sind hier fertig geworden mit dem Handel. Ich kann dir noch ein bisschen nachrekrutieren. Nee, aufsteigen lassen, aufsteigen lassen ist auch immer gut. Du musst zur Infanterie gemacht werden, damit du wiederum später... Oh. Okay. Damit du wiederum später zu Kavallerie gemacht werden kannst. So, jetzt müssen wir wieder auf dem Säule, ne? Genau, mehr darf ich jetzt nicht mehr nachrekrutieren. Gut, ich würde sagen, wir reisen mal direkt nach Alantas und gucken mal, ob wir da Eisenerze direkt einfach eingekauft bekommen. Achso, warte mal, ich glaube hier ein... Penkannock hatte ich auch noch welches gesehen, ne? Moment. Schmiedeeisen für 31. Ist natürlich ziemlich teuer. Ja. Ja, in Rohwald wiederum haben wir das jeweils für einen besseren Preis drin. Nee, dann lasse ich das. Dann sehe ich zu, dass ich das vielleicht in Alantas einkaufen kann, das Eisenerz. Wo ist Alantas? Hier ist Alantas. Zack. Ach, jetzt ist die Verstärkung da. Okay. Na gut. Aber die Zeit haben wir noch, denke ich. Die Zeit haben wir noch. Es ist ja auch noch die große Frage. Ach, was? Ja, schau mal, einer guck. Hallys Fuß wird wieder angegriffen. Wollte mich gerade sagen, es ist wieder die große Frage, ob hier nicht wieder irgendwo eine Armee rumdüppelt, die uns dann an der Belagerung von Oxfall sowieso hindern würde. Die Belagerung, die immer noch keine Belagerung ist oder immer noch nicht mehr... Ach, herrje, wen haben wir denn da? Ach, der König persönlich schon wieder? Ach, was führt der denn so ins Feld? Ach, das ist so blöd, dass die Tooltipps hier in dem Fall nicht richtig funktionieren. 34 Kavalerie, 500 Infanterie, 150 Fernkampf. 238 Rekruten, 122 Stufe 2 Infanterie. Heeresarmbruchsschützen, die waren schon Stufe 3. Okay, die sind jetzt nicht wenig schlecht, sag ich jetzt mal. Indianische Infanterie ist auch schon Stufe 3. Plünderer, Milizen. Ach, ich wollte eigentlich was anderes machen jetzt hier, aber warte mal. Ich bin aufgelevelt? Nee, doch. Ähm, Moment, mein Ladekabel, ich spinne den gerade mit so, Entschuldigung. In Führung habe ich tatsächlich was gemacht, schön. Wenn ich Gouverneur wäre, die Stadtgarnison ist 20% effektiver für die Sicherheit. Bin ich aber nicht. Und ich bin immer noch kein Gouverneur und Loyalitätsgewinne. Ach man, das ist doch blöd. Wozu gibt es diesen Perk überhaupt dann in dem Fall? Wenn ich kein Gouverneur bin. Hm. Ich finde, da sollte es noch eine Alternative geben, dass man da auch für Hauptmann oder für Armeeführer irgendwie nochmal so ein zweites Ding reinballert, was man ja manchmal auch bei anderen hat. Hier bei Gruppenleiter zum Beispiel, ne? Nee, ist das wieder Gruppenleiter, Gruppenleiter, Gouverneur, Gruppenleiter. Hm. Ich werde aber alles wahrscheinlich nie Gouverneur sein. Deswegen ist es, glaube ich, egal, ne? So. Schade. Habe ich mir mehr von erhofft. Aber der nächste Perk, der nicht Perk, der nächste Fokuspunkt, den wir bekommen, müssen wir dann hier wieder rein investieren, damit wir hier weiter wachsen können. Zack. Na gut. Diesmal sind wir aber wirklich zahlenmäßig unterlegen. Ja, da kommt er auch schon. Jetzt möchte er Kaleos belagern. Sag mal, will der mich jetzt verarschen? Nur weil ich jetzt in der Nähe bin, oder was? So, ich werde mal eben speichern. So, komm mal ran hier auf, Meta-Kumpel. Das geht ja so nicht hier, ne? Ja, ja, jetzt brauchst du ja nicht wegzurennen. Oh, schön. Die anderen sind gerade blockiert gewesen. Die können jetzt hier nicht mitkämpfen, weil die gerade gegen Plünderer kämpfen. Und damit sind wir sogar im Kräfteverhältnis her ausgeglichen. Sehr schön. Ah, ich bin gespannt, wie es laufen wird. So. Magst du mich eigentlich noch? Plus 29? Eigentlich sind wir schon Freunde, weil... So ein freundschaftlicher Kampf früher am Morgen, ne? Oder später am Nachmittag. Warum nicht? Ich werde gleich nochmal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Moment. Ah, okay. Das sieht mir jetzt aber nicht so aus, dass das eine geballte Macht wäre. Au, geil-O-Matico. Das finde ich aber sehr schön hier. Dass wir uns erstmal hier postieren können. Kommen die auf uns zu? Nicht wirklich. Kommt erstmal hier hoch, alle Mann. Ah, doch, seine Kavallerie kommt. Okay. Boah, die Geräusche im Hintergrund dann immer, ne? Ja, die Karte hatten wir schon mal. Ich erinnere mich. So. Ihr stellt euch bitte hier oben auf. Die Kavallerie wird unsere Rückendeckung. Ach, jetzt kommen sie doch nicht. Okay. Gehen wir halt hier drüben hin. Das ist kein Thema. Wir haben Zeit. Übelst weit weg. Ich sehe noch gar keinen. Ah, ich glaube da rechts habe ich gerade was durch die Bäume durchlucken sehen. Könnte aber auch ein Lichtspiel sein. Ne, ich glaube da ist wirklich was. Soldaten, ihr kommt erstmal da hin. Die stellen wir erstmal zum Schutz dahinter. Äh, nicht zum Schutz. Generell dahinter. Und dann versuchen wir sie vielleicht in die erste Reihe zu stellen. Die Kavallerie hätte ich gerne hier drüben. Dann gehe ich schon mal Lucky Cookie machen. Vielleicht können wir uns den Hügel da schnappen. Weil ich glaube die stehen da oben drauf, ne? Ja, da sehe ich sie doch durchlucken. Da sind sie. Also mit Hügel ist diesmal nicht viel. Als Vorteil. Ich versuche jetzt hier, muss selber ein bisschen geschützt dazu laufen. Bevor ich hier gleich wieder weggeschossen werde. Ja, da in der Kurve stehen sie. Alles klar. Da ist wirklich nicht viel mit Schutz suchen. Ähm, ihr kommt mal bitte hier vorne hin. Ihr kommt da vorne hin und versucht die zu skirmischen. Macht aber die lose Formation dazu. Ne. Macht ruhig so hier. Und sollte die feindliche Kavallerie kommen, können wir sie auch noch wegschubsen. Stellen wir nämlich unsere da hin. Boah, hört auf zu schubsen hier. Aus. Aber was macht ihr denn hier? Kommt ein Stück zurück. Lass den Schützen mal ein bisschen Platz. Ähm. Ihr habt keinen Bock zu schießen, oder was? Sag mal, ihr seht aber schon den Feind, oder? Weil selbst, also die sehen uns und ich kann ihn auch sehen. Ist schon komisch, dass ihr nicht schießt. Das ist ein bisschen verdächtig. Saboteure und Verräter hier, oder was? Die stehen sogar dahinter. Die stehen gar nicht hier in der Kurve drin. Das ist ja wunderbar. Dann schnapp uns da vorne den Hügel. Aber sowas von. Würde ich sagen, unsere Kavallerie wird sich mal dahinter dem Felsen verstecken. Und, naja, okay, dann doch über der Felsen hier. Hier so. So. Boah, ich liebe dieses Dröhnen im Hintergrund, wenn die Kavallerie kommt, ne? Das hört sich so cool an. Ach, stehen sie, die. Und, naja, ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit, ich will mich erst noch richtig platzieren, bitte. Danke. Na ja, brauchst du ja nicht denken, dass du hier so einfach durchkommst jetzt. Jetzt ist nämlich meine Schild-Invanterie da. Und jetzt werden wir uns hier oben den Hügel schnappen, mein Freundchen. Und die Kavallerie werden wir jetzt hier auch ein bisschen umsetzen. Wir stellen uns mal schön hier oben auf. So. Die stellen wir hier mit auf. So. Dann sind wir auch da im Höhenvorteil drinne. Und wenn du nicht kommst, dann schieße ich dir halt auf den Kopf. Ach, guten Tag, die Herrschaften. Ja, Hallöchen. Kommen Sie mal her hier. Oh, was? So, der war ein Galant. Betonung geht auf wahr. Ja, schießt sie aus dem Sattel. Da habe ich so überhaupt nichts dagegen. Und dann kommen wir mal hier drüben hin an die Flanke. Mit der gesamten Beschuss-Invanterie, wenn es geht. Denn er hat seine schon wieder zurückgezogen. Weil er langsam Angst bekommt. Ey, 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 ey. Oh, Entschuldigung. Ähm. Habe ich zu spät gesehen, dass das einer von uns war. Äh, Kavallerie kommt mal hier drüben hin. Schützt uns mal so ein bisschen den Rücken. Ach, da kommen sie ja schon. Ja, schön. Okay. Oder auch nicht schön. Oh. Oh. Hi. Ähm. Hier geht es auf den Hügel da. So. Damit haben wir sie mich schon so weit getriggert, wie ich es wollte. So, mal rennen die einfach durch. So eine Sauerei. Dann machen wir das jetzt hoch. Hi. Guten Tag. Und tschüss. Ei, 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 ei. Hi. Ei, 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 ei. Hi. Guten Tag. Oh, tschüss. Ähm. Ihr seid mir ein bisschen zu viel auf einmal. Gehst du weg jetzt hier. Hatsch, tsch, 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 tsch. So. Da kam gerade noch Verstärkungswelle. Es hat gerokelt bei mir. Hi. Guten Tag. Ja. Ätsch, tsch, tsch, tsch. So. Ich glaube, da habe ich ihm ein Ohr abgeschnitten. Hallöchen. Ach, du bist schon tot. Okay. So. Ah, was habe ich vergessen? Ich wollte doch eigentlich diese Banner entfernen jetzt. Meine Fertlify ist da sowieso nicht drin. Das heißt, ich kann da auch nicht versehentlich mal irgendwie einen Verbündeten erschlagen. Müssen es erschießen. Na. Fällst du jetzt bitte mal um? Danke. Dich wollte ich eigentlich erwischen. Komm, jetzt. Her hier. So, danke. So. Einmal Unfall bitte. Mann, meine Axt. Die macht irgendwie nicht mehr so viel Schaden, wie sie mal gemacht hat, habe ich das Gefühl. Es kann aber auch sein, dass irgendwas gebananced wurde bei den Rekruten. Dass die halt durch irgendwelche Perks und so von ihren Generälen halt nochmal besser geworden sind. Ach, bin ich jetzt blockierter nicht, mein Schlag hier, Junge. Ich war gerade so schön im Ausholen. Ja, komm, komm, versuch's doch. Versuch's doch. Ja. Guck mal, so macht man bitte. Und so. Siehst du? Habe ich euch gesagt. Ähm. Wo ist meine Bande hin? Ähm. Männer? Ähm. Oh je. Hoppla. Wir haben da so ein paar Soldaten verloren, habe ich das Gefühl. Da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst, muss ich gestehen. Hi. Aua, verdammt. Ich dachte, der zieht die Waffe schneller. Ja, ja, hallo, guten Tag. So. Ihr wollt's auch nochmal wissen, okay. Zack. Boah. Da habe ich auch nochmal bestät, der Sack. Okay. Das ist jetzt nicht nett. So gar nicht, dass sie jetzt meine Infanterie überrannt haben. Das finde ich jetzt überhaupt nicht nett. Oh, ich sehe wieder mal nichts. Aua. Jetzt fall bitte nicht um, Junge. Das wäre jetzt denkbar ungünstig, wenn du ausgerechnet jetzt noch umfällst. Aua. Wieder eine feintige Verstärkung hier. Ich habe nicht mal irgendwo. Aua. Verdammt. Ich habe mich und einen Sack hier noch erwischt, ey. Ei, 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 ei. Das kostet jetzt Männer. Wo sind die eigentlich alle, wenn ich mal fragen darf? Kommen die erst noch als Verstärkung? Aua. Und werden die von irgendwelchen Drecksrekruten aufgehalten? Ja, die Schützen hat's jetzt erwischt. Die sind um die Randwohnen. Oh je. Habe ich das doch echt überschätzt? Äh, unterschätzt. Verdammt. Ne, da hätte ich mich doch besser platzieren können. Warum steht ihr bloß so dumm rum? Jetzt greift an, Mann. Und vor allem, warum nehmt ihr so eine Einhandwaffe? Ihr habt Zweihänder. Ach. Ja, wir gewinnen trotzdem noch. Hoffentlich. Aber unter unnötigen Verlusten. Das hab ich echt verkackt diesmal, muss ich gestehen. Jetzt, nein. Jetzt sagt mir nicht das Spielschütz ab. Doch. Die CPU ist gerade bei 100%. Das war's. Wir sind raus. Da ist gerade unten von der Verstärkungswelle gespawnt. Ja, Musik ist auch weg. Kann ich's mal machen. Ich pausiere mal kurz. So, da bin ich jetzt auch wieder, ihr Lieben. Hab den Spielstand laden können noch kurz vor der Schlacht. Ist jetzt natürlich wirklich blöd jetzt. Start auch wieder den Timer. Machen die Schlacht jetzt nochmal. Finde ich jetzt wirklich schade, dass es mir genau da abgeschmiert ist. Was ich jetzt gemacht habe. Ich hab die Anzahl der Leichen von unbegrenzt jetzt mal runter auf hoch gegeben oder auf sehr hoch. Muss ich mal gucken. Auf sehr hoch gegeben. Hier bin ich nochmal um drei Anzahl runter. Weil ich hab das Gefühl, sobald ich halt die 500 überschreite, hat er Probleme. Obwohl er sonst normalerweise keine hatte. Das war jetzt nur gerade in dem Moment, wo der Auto charge passiert ist, weil ich umgekippt bin. Ansonsten, ich hab diesmal auch endlich dran gedacht. Ich hab jetzt endlich mal die Banner rausgenommen. Die eigenen Banner. Und das probieren wir es halt nochmal. Ist jetzt echt blöd. Und dann machen wir aber auch soweit Überlänge. Wie das jetzt einfach dauert, die Schlacht hier zu schlagen. Und wie gesagt, je nachdem wie es jetzt ausgeht. Außer ich hab wegen unten einen Bug. Das Problem, dass ich irgendwie umkippe oder so. Dann lad ich würde ich nochmal absichtlich neu dann. Ich hoffe es kommt jetzt nicht noch ein Absturz. Das wäre jetzt wirklich dämlich. So. Ja, die beide. Alles klar. Und eine andere Karte. Alles klar. Und er wird sich bestimmt da oben rechts im Wald verdrücken. Das macht er nämlich gerne. Schauen wir mal. Ja, er zieht nach oben rechts. Ist okay, mach halt hoch. Obwohl ist weniger okay. Weil dann unser eigener Beschuss nicht so effektiv sein kann. Ich versuche, Abschütze! Ich würde sagen, ihr kommt jetzt einfach mal alle schön mit. Warriors! Nach mir! So. Na gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar über offenes Feld ihn von seinem Hügel runterschubsen können. Problem ist aber, er hat da vorne seinen Spawnpunkt. Und unser Spawnpunkt, der ist hier hinten. Das heißt, sämtliche Verstärkung wird erst sehr, sehr spät kommen. Ja, komm, die Karte kennen wir doch schon. Er wird sich jetzt da oben rechts auf den Hügel verdrücken und wir können nicht viel machen. Eins, was ich versuchen kann, ist halt wirklich mit meinen Schützen, mich hier vorne irgendwo zu platzieren. So. Damit wir die anrückende Verstärkung auch immer unter Beschuss nehmen können. Er wird jetzt irgendwo da oben. Ja, da oben auf dem Hügel sitzt da. Könnten wir sogar fies sein und einfach den Hügel da schnappen. Wollen wir das probieren? Ja, aber. Ja. Dann haben wir sie nicht wieder am Rücken. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht von der Seite beschießen lasse von ihm. Ich würde sagen, ihr geht mal da hinten hin. Ihr geht da hin. Und ihr da hin. So. Und dann werden wir versuchen, die zu triggern, indem wir uns da oben auf dem Hügel platzieren. Also. Da oben. Jetzt schießen wir den schön in die Seite. Äh. Ich hoffe, ihr lauft ein bisschen besser. Wartet mal. Kommt mal da hin, Leute. So. Nicht, dass ihr da jetzt in die Schussreichweite der Gegner reingeht. Ich möchte meinen, ja, von da oben aus sollte man eine gute Reichweite haben. Auch wenn leider der Wald die natürlich gut schützt, ne? Und wenn hier eine Verstärkung kommt, können wir sie gleich unter Beschuss nehmen. Das wäre jetzt echt was Gutes. Nur unsere Verstärkung wird natürlich durch die feindliche Linie durchrutschen, ne? Ja, da oben sind Gegner. Die sind jetzt aber erstmal Latte, ehrlich gesagt. Ähm. Ihr macht mal bitte Feuer einstellen. Wir müssen uns erstmal richtig platzieren hier. So. Ich denke, das sollten wir gut hinbekommen von hier oben aus. Ich bin sogar dafür, dass wir die Reiter hier schön verstecken. Ja. Kommt mal alle schon mit, Männer. Kann uns die feindliche Kavalerie, äh, Kavalerie nämlich auch mal kreuzweise. Während wir wiederum unsere da hinten gar nicht mehr hinbekommen, weil da schon Sperrgebiet ist. Ach ja, je. Okay. Hm. Schauen wir mal, ob wir was hinkriegen. Und dann könnt ihr auch vorher wieder freigeben. Ich möchte aber, dass ihr wirklich speziell hier auf dieser Spitze steht. Und ihr wiederum stellt euch einfach jetzt so da hin. Wow. Schießt der einfach um mich? Der spinnt wohl. So. Nimm dein Schild hoch, Junge. Da laufen sie nämlich schon. Jetzt wissen sie nicht, was sie machen sollen. Jetzt haben sie erkannt, oh scheiße. Jetzt hat der den Vorteil. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Wo bleiben die Schilde? Die Linienbrecher sind schon da. Die Schilde rücken langsam an. Alles klar. Ich würde sogar sagen, die Schilde können noch ein Stück tiefer gehen. Ah, wir schmeißen sogar Speere. Sehr schön. Ah, so sieht man das doch gerne. Ja. Kriege ich hier noch ein bisschen Deckung von euch? Danke. Denn euch können wir noch ein bisschen breiter ziehen, sodass wir auch mehr schießen können. Dann kann ich mich auch noch ein bisschen mitschießen hier. Und die Deckung vom Wald ist nicht so die tollste, wie ich hier sehe. Und wir haben sogar einen guten Wuchtschaden, den wir verursachen. Durch die Fallhöhe. Sehr nice. Viele Kopftreffer werden dabei sein. Wenn ich nicht wieder ein Schild treffe. Da flog sogar gerade noch eine Axt. Sehr gut. Ich verliere Rekruten. Warum? Stehen die blöd? Die stehen blöd. Verdammt. Kommt noch ein bisschen tiefer, Männer. Ja, die hinteren Reihen sind natürlich offengelegt dadurch. Ich treffe hier nichts mehr, verdammt. Nehmen wir halt die da vorne. Oder auch nicht. Geht doch. Sehr gut. Und wann kommen sie? Dann sind wir bereit. Ich treffe nichts mehr, verdammt. So mal. Ach, die stehen in lockerer Formation. Das sehe ich jetzt erst. Ah. Ich verliere mir echt ein bisschen zu viele Rekruten hier. Versucht euch mal gerade aufzustellen, wenn es geht. So. Da sehe ich feindliche Kavalerie. Und schon die erste Verstärkungswelle anrücken. Ich muss hier mal ein bisschen die Übersicht behalten. Kommt ihr mal hier unten ran? Ja. Reitet sie da hinten um, wenn es geht. Ich habe noch zwei Schuss. Jawohl. Alles klar. Wir versuchen jetzt hier schön die Stellung zu halten, ne Männer? Zack. Zack. Ey, du da. Komm mal ran hier auf Meter. Komm mal ran hier. Ey, nein, 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 nein. Nicht da hin. Oh. Oh. Ähm. Wo kommt denn ihr her, bitte? Verdammt. Ähm. Nicht gut. Gar nicht gut. Bogenschützen, zieht euch zurück hier. Ihr sollt nicht in den Nahkampf. Von mir aus geht da hin. Dieser Typ da. Den möchte ich jetzt haben. Nein. Ey. Weg da. Macht mir Platz. Okay, er ist schon tot. Wir brauchen hier ein bisschen mehr Schutz für unsere Leute. Verdammte Axt. Jetzt haben wir hier langsam doch ein Problemchen. Bin ich doof. Kommt hier hoch. Und... In Vier-Ex-Formation. Ah, da ist wieder Verstärkung, Gisper. Wie viele Kammerle die haben wir denn noch? 34. Okay. Kommt mal alle da rüber. Wir halten hier oben schon irgendwie die Stellung. Wir kriegen das schon hin. Leitet mal alle schön da hin. Und dann dürft ihr wieder chargen. Kommt mal hier ein bisschen runter. Oder? Vielleicht da? Ja, machen wir hier unten. Auf einer Ebene vielleicht noch. So. Ach, geht aus Formationen raus. Oder? Nee, vielleicht doch nicht. Jetzt kommt hier mal eine Verstärkung durchgerutscht, ne? Ach. Wir müssen die mal ein bisschen im Nachkampf versuchen zu triggern. Boah, die schleichen in dieser Formation. Das ist ja... Oh. Aber unsere Schützen sind fleißig an... Also Schützen und Kavalerie sind fleißig dabei, die auseinanderzunehmen hier. Ich würde sogar noch mal einen kleinen Charge hier drauf geben, weil ich sehe gerade sehr viele Low-Level-Einheiten. Ähm, Aua. Er trifft mich, aber ich treffe die nicht. Was soll denn bitte? So mal. So. Dann können wir hier mal ein bisschen den Weg frei machen. Da rennen sie nämlich jetzt. Da rennen sie jetzt. Und der, das sieht aus wie ein Anführer. Komm mal ran hier. Ah, nee. Komm jetzt erstmal nicht ran an ihn. So. Zack. Der ist hier flogen. Sehr schön. Die können wir erstmal ein bisschen überrennen hier. Und dann müssen wir uns wieder einen Punkt suchen, den wir verteidigen. Ich bin sogar dafür, dass es erstmal der hier ist. Ja. Was, 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 was willst du? Was, was willst du? Hä? Hä? Ja? Alles klar? So. Zieh mich mal ein bisschen zurück. So. Jautschen. Ich hab's doch schon geahnt, dass die zurückchargen wollen. Was ist denn hier los? Warum stehen die mitten in unserer Formation? Tut das Not? Ich glaub ja wohl nicht, ne? Ah, jetzt ist ja natürlich Kavallerie und Beschuss als Unterstützung ganz gut. Jetzt hab ich die aber ein bisschen zu weit auseinandergezogen hier. Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht, du kriegst mich einfach so, ne? So. Jetzt haben sie uns hier auch ein bisschen umstellt. Zack. 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 Geht Information, Männer. Wir haben kaum noch welche. Verdammt. Zack. Zack. Und dann müssen wir uns langsam aber sich an den Weg wieder zurückkämpfen zu unseren Schützen. Wenn die denn noch da sind. Das ist ja noch die nächste Frage. Boah. Verdammt. Zack. Ah, ich hab dich hier sehen, du. Ähm. Schiete. Weg hier. Schnell zu meinen Männern. Hilfe. Äh. Äh. Macht eine normale Linieninformation und kommt erstmal her. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, aua. Ist gut. Ich hab's kapiert, ihr mögt mich nicht. Ja, ist doch okay. Boah. Schiete. Alles klar. Jetzt geht's hier wirklich. Mann, oh Mann. Aua. Da hat mich einer kräftig erwischt. An der Schulter. Schiete. Ja, die Schützen wurden jetzt natürlich überrannt. Ich glaub, Kavallerie haben wir so gut wie keine mehr. Und jetzt, jetzt ist wirklich nur noch Chaos hier. Jetzt ist, ja, Verstärkungswelle gegen Verstärkungswelle. Alle rennen sie in den Wald. Keiner macht eine vernünftige Formation, denn unsere Anführer sind auch schon alle umgekippt. Schade. Und so wie's aussieht, verlieren wir's diesmal sogar noch. Oh, jetzt komplett zu verlieren wär kacke. Aber dann... Ja, alles weg. Pferde wären weg. Nahrung wär weg. Gefährten eventuell auch noch weg. Da muss ich gestehen, das mach ich nicht mit. Da bin ich wirklich Schüsser, da sag ich auch, äh, ist mir egal. Ob ihr das gut findet oder nicht, bin ich ganz ehrlich. Da sag ich dann wirklich, äh... Das laden wir nochmal neu. Das kriegen wir hin. Oder wir lassen's sogar sein. Ja, aber auch so langsam. Ah, ne, wir sind einfach unterlegen von der Zeit her. Auch wenn sich hier so langsam wieder ein kleiner Pult bildet. Der hier nach und nach die Gegner auseinander nimmt. Aber das sind natürlich echt nicht mehr viele Leute, ne? Was sagen dann die Zahlen noch? Oh je. Oh je. Das sieht nicht gut aus. Aber ich glaub, da kommt doch keine Verstärkungswelle mehr, ne? Wenn der Gegner jetzt hier verstreut steht und wir vielleicht noch ein bisschen... Glück haben. Aber ne, jetzt... Jetzt spaltet sich hier wieder alles. Oh, und hier ist der Gegner... Als Pult drin, ne? Und hier werden wir uns einander genommen. Ja, das hat sich jetzt erledigt, das Thema. Ich sag mal Beschleunigung. Oder gleich Schlacht beenden. Ne, doch nicht. Ich will mich nicht zurückziehen. Ja, wir wurden vernichtet. Alles klar. Habe ich also doch ne Scheißtaktik gehabt? Kann man nicht anders sagen. Oh, alter. Krass. Das Problem ist jetzt, ich kann's euch gerne mal demonstrieren. Einfach mal zeigen. Jetzt ist meine komplette Armee hinüber. Komplett. Machen wir hier kurz Pause. Pause. Achtet, haben sie mir noch gelassen. Drei Pferde. Drei Pferde und das, was sie tragen können. Ist alles weg, ne? Gefährten. Holding. Zuletzt gesehen im Pen Canock, kann aber nicht sein. Noch kann sein, weil wir im Pen Canock waren. Müsste eigentlich gefangen sein, oder? Ah, nee, die sind geflohen. Ah, aber Dranga ist gefangen. In der Tets Gruppe. Forte hat es immer noch im Prahwand gefangen. Also, das ist echt, äh. Das ist ein riesen, riesen, riesen fetter Verlust, Leute. Das ist ein riesen Verlust. Von daher, ich lade es nochmal neu. Und mache mir nochmal Gedanken, ob wir vielleicht irgendwann auch mit Einfluss, vielleicht noch ein bisschen Verstärkung dranbekommen. Weil ihr seht, auch wenn die so krass viele schlechte Truppen haben, der Höhenvorteil, der bringt's einfach. Und dass die viel mehr Beschuss haben, dann muss ich irgendwie versuchen, anders zu lösen. Vielleicht auch ein anderes Schlachtfeld wählen. Das bringt so nichts. Das kann ich gleich neu laden. Bis ich die Armee wieder zusammen habe, ist vorbei. Zack, zack. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.